Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Montag, dem 3. Dezember 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 514 und ich habe heute die folgenden musikalischen Themen für euch. Groove, Amazon Music sowie Apple Music, Google Hangout und Switch. Ich beginne mit Groove. Im Mai haben wir es schon angekündigt, hier in der Daily, aber auch im grossen News-Format vom Geek Talk-Podcast. Die Groove-Geschichte, der Groove Music Pass, die Möglichkeit, um über das OneDrive Musik zu hören, aber auch gestreamt natürlich, wie man es so halt von einem Streaming-Service kennt. Die wurde eingestellt per 1. Dezember und Microsoft hat vorgehalten und diesen Dienst eben auch per 1. Dezember, sprich vor zwei Tagen, vom Netz genommen. Wer da nach Alternativen sucht, wir werden nächstens was testen und dann einen Bericht auf dem BocciPsy.ch-Blog online stellen. Ansonsten bleibt natürlich die Hoffnung, dass Spotify und Amazon etc. bald mal eine OneDrive-Anbindung anbieten. Doch ja, nicht ganz deren Geschäftsmodell, würde ich behaupten. Das ist leider so. Apple Music für Android. Nachdem vor kurzem bekannt gegeben wurde, dass Apple Music nun auch auf dem Amazon Echo, also somit auf sehr vielen Sprachassistenten aus dem Haus Amazon, landen wird und das noch im Dezember diesen Jahres, wurde jetzt auch bekannt, dass es nächstens bei Android damit soweit sein könnte. Zumindest gibt es eine geschlossene Gruppe auf Google Plus, war das glaube ich, irgendwo eine Google Gruppe zumindest. Und in dieser Google Group Groups, eine Google Gruppe, genau Groups nennt sich das Ganze. Und darin, wer aufgenommen wird, bekommt die Möglichkeit, das Ganze schon zu testen. Da kommt es nicht nur als Smartphone-Version, sondern auch generell auch als Tablet-Version. Wir dürfen gespannt sein und somit wird das Ganze natürlich die Streaming-Geschichte im Bereich der Filmemusik deutlich anziehen und weiter einen Wettbewerb geben, denke ich mir doch mal ziemlich stark. Amazon Music geht auch einen Schritt weiter. Die sind ja schon auf ein paar mehr Geräten verfügbar. Nächstens auch auf Android-TV-Geräten. Wer also einen Fernseher hat mit einem Android-Unterbau, der darf sich bald schon freuen, sofern er natürlich auf diese Möglichkeit von Amazon Music überhaupt setzt. Google Hangouts ist einer der Dienste, der zu wenig Daten an Google zurückliefert. Spass beiseite. Anscheinend nicht ganz so erfolgreich. Was heisst hier anscheinend? In meinem Bekannten, Verwandten- und Freundeskreis sehr, 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 sehr gering vorhanden. Ich kenne ein paar Leute, die nutzen es, aber sehr wenig, wirklich mit grösserem Umfang. Und somit wird das der nächste Messaging-Flop von Google sein. Per 2020 soll der Dienst eingestellt werden. Zumindest für Privatpersonen, für den Business-Kontext wird es bleiben und als Slack-Alternative weiterhin seinen Dienst verrichten. Und nach dieser vielen Musik würde ich sagen, gehen wir noch zu einem kleinen anderen Thema und dann ist genug für heute, für den Wochenstart. Im Bereich von Gaming gehen wir und da ist ein bisschen, ja, Weisssagung, Voraussagung, aber es schaut aktuell ganz stark danach aus, als ob es Nintendo wieder nach 2009 schaffen wird, die Krone der Konsolen herzubekommen. Man muss natürlich bedenken, dass die Switch die neueste Generation, also die neueste der drei Hauptkonsolen ist, obwohl die Xbox One X, sowohl die Xbox One X, aber auch die Playstation von Sony sind schon deutlich länger auf dem Markt. Ich glaube, zwei Jahre länger, wenn ich da richtig im Kopf bin. Und ja, im nächsten Jahr soll es endlich soweit sein, dass Nintendo wieder aufholt und mir Konsolen verkauft. Aktuell sieht man das auch im Internet oder zumindest in meinem Freundeskreis, in meiner Bubble verkaufen sich Switch sehr gut für in Richtung Weihnachten. Ist natürlich preislich auch sehr eine attraktive Geschichte. In diesem Sinne, das waren es die Neuigkeiten, die ich heute zum Wochenstart für euch bereit hatte. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen erfolgreichen Tag, einen guten Start in die neue Woche und wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. In diesem Sinne, bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.